Altergo, Shelly, Beef sowie Überraschendes beim Apple Event sowie die Auflösung des Gewinnspiels. Ja, das und noch mehr heute in den Wochen News. Mein Name ist Jörg und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist beim Smartphone und Technik Kanal deiner Wahl. Ja, dann gleich mal zum vergangenen Apple Event am 22. Denn da gab es durchaus einige Überraschungen. Ja, neu sind Gesichtserkennung und Aktivitätszonen beim HomeKit Secure. Ja, iOS 14, sogar das SE bekommt es und das iPad R dritte Generation, R2 etc. Ja, einer der Gründe, warum ich iOS mag. Ansonsten ist die Bild-in-Bild-Geschichte auch eine tolle Sache. So kann ich endlich eine Überwachungskam im Blick haben, während ich eben was anderes sehe. Ansonsten, was hier auch schon klar war und schlechte Nachrichten für Intel. Apple wird auf die hauseigenen Prozessoren setzen. Ja, da eben nicht so energiehungrig. Sehr beeindruckend fand ich auch zum Beispiel in Notizen, handschriftlich Dinge eintragen, das Ganze kopieren und eben anderswo als Text einfügen oder Telefonnummern gleich anzurufen etc. Wirklich cool. Die AirPods bekommen auch ein Update verpasst für virtuellen Surround-Sound. Und das iPhone wird zum Autoschlüssel. Und jetzt kommen die Kinnladetisch-Effekte. Apple öffnet sich. Spotify auf den HomePod. Mail-Programme wie Google Mail, anderer Browser etc. als Standard nutzen können. Ja, wow. Vielleicht hat es aber auch was mit dem anhängigen Verfahren zu tun. Wer weiß. Ansonsten gab es noch viele kleine Änderungen, auf die ich hier aber nicht eingehen möchte. Ich finde, ein rundum gelungenes Event. Apropos, wer die Synology Audio Station 6.0 oder höher einsetzt, kann jetzt wieder App CarPlay genießen. Naja, nicht unbedingt super cool, aber immerhin. Wobei ich eigentlich immer ein schlechtes Gefühl habe, die Synology nach außen zu öffnen. Im Zweifel aber dann halt über VPN. Ja, wenn wir schon bei Musik sind. Bald soll es wohl auch Spotify free gehen auf den Echo-Geräten. Ich bin mal gespannt. Eine neue Alu-Kamera kommt. Ja, die Essential Spotlight Kamera. Diese kann allein betrieben werden oder auch mit den Smart-Hubs wie die 4000er, 5000er etc. verbunden werden. Für eine größere Reichweite und Batterielaufzeit. Wird zwei Farben geben, weiß und schwarzes Design. Aber ansonsten, ja, Hausmannskost. 1080p, zwei Wege Audio, Bewegungserkennung, wiederaufladbarer Akku. Ich suche gerade ehrlich gesagt so ein bisschen die Highlights. Ah, da ist er ja. Der Mi TV Stick, der 4K HDR-Inhalte kann, Dolby Audio sowie DTS-HD und HDMI 2.0. Ja, soll wohl entsprechend dann auch Netflix-Button und einen Prime-Button geben. Eben bei einer Fernbedienung. Ja, ob ich den unbedingt weggesprache. Wer Google Assistant einsetzt und im Google-Universum zu Hause ist, der kann sich den anschauen. Denn das kann er dann wohl auch. Ja, vor einiger Zeit hatte ich ja schon im Hinblick auf Cloud über Vorwerk und den Staubsauger-Roboter berichtet, wo eben keine Grundrisse etc. mehr geladen werden konnten. Ja, das Ganze hatte etwas mit SSL-Zertifikaten zu tun. Ja, hatten wir in der Firma auch ein paar kleine Problemchen damit. Ja, für den VR300 gibt es nun eben ein Update auf die Version 4.6. Ja, Leute mit dem 200er schauen bislang aber leider wohl noch in die Röhre. So, Shelly Button 1 und i3. Ja, heiße Diskussion rum und Alt-Herco und den neuen Shellys. Ich hatte ja am Wochenende auch ein Video zugemacht und auf einige Probleme aufmerksam gemacht. Die Mintar hatte auch mal Stellung bezogen, was ich erst einmal wirklich gut finde. Aber sorry, die QA ist eben nicht mit ein paar Kilobyte und ein paar Funktionen der Software mit Apple, Android oder was auch immer zu vergleichen. Ja, diesmal sind es eben grundsätzliche Dinge, die nun wirklich jeder sofort gesehen hat. Egal ob es MQTT im Button-Batteriebetrieb war oder eben i3-Problem mit HDP-Request. Lohnt es sich also zu warten und bis die ersten Probleme ausgemerzt sind? Mittlerweile würde ich sagen, ja. Aber dafür sind wir ja mit unseren Videos sowie eben dem tollen Forum da. Dann könnt ihr eben entscheiden, ob der bisherige Funktionsumfang und die Problemchen, ob ihr damit leben könnt oder nicht. Trotzdem kann ich dazu nur sagen, es gäbe Möglichkeiten. Persönlich bin ich schon über 30 Jahre in der Softwareentwicklung neben Elektrotechnik. Dann schickt uns doch die Dinge und ja, einige Wochen früher eben mit NDA von mir aus. Und ja, dann können wir eben das Ganze auch uns mal anschauen. Wenn die allerdings sofort verschickt werden, sobald eben einmal fertig, ja, dann ist das eigentlich klar. Ja, ich mag diese Lobhudelei mittlerweile nicht mehr. Und das hinnehmen eben, dass User Probleme suchen müssen, die eben theoretisch bei Altergo liegen. Ja, make IoT simple steht halt hier, sage ich eben nur ironischerweise. Aber daher jetzt auch die neuesten Ereignisse. Es gibt eine neue Firmware für den Button 1. Ja, und der funktioniert meiner Meinung nach jetzt wunderbar. Ja, MQTT funktioniert nun endlich. Actions tun es auch. Es wurde ein periodischer Wake-up eingebaut. Ja, und ich konnte den Button in die App einfügen. Also hier hat Altergo wirklich gut und schnell reagiert. Ja, Hinsicht des i3. Grundsätzliche Funktion ist gegeben, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich im Moment die Actions guten Gewissens empfehlen kann. Ich habe es jetzt mehrfach geschafft, auch mit mehreren i3, den mit HTTP-Requests zum Absturz zu bringen. Nach dem Aufhängen und Wegnehmen der Spannung ist es vorgekommen, dass er sich verhalten hat wie nach einem Reset. Da muss er neu angelernt werden. Ja, aber wenn man mit MQTT benutzt, funktioniert es soweit einwandfrei. So, jetzt noch die Auflösung des Gewinnspiels. Trommelwirbel. Ja, Matze lebt, herzlichen Klöschtrumpf. Ja, melde dich via Mail bei mir. Und schon mal vorab viel Spaß mit dem i3. Ja, an alle, die bereits sehnsüchtig auf meinen Nanoleaf-Test der Hexagons warten, gibt es einen kleinen Dämpfer. Ihr müsst euch minimal mehr gedulden, aber wirklich schön, dass die Nachricht schon so früh eintrudelt mit allen Infos. Wirklich vorbildlich. Also Abo und Glocke nicht vergessen, damit du informiert bist, wenn es losgeht. Ja, vorab zum Eco-Auto, den ich ja seit geraumer Zeit einsetze. Also ich mag das Gerät an sich auf jeden Fall. Findet es im Moment ja ein bisschen zu teuer. Und mehr eben zu dem Test und was das Teil eben kann und was nicht, gibt es dann am Wochenende. Ja, zum Schluss noch eine gute Nachricht. Mehr als 15 Prozent haben bereits die Corona-Warn-App. Ja, und über 300, da wurden die anonymen Schlüssel veröffentlicht, eben mit positiven Covid-Tests. Ergo werden wohl die Ersten auch eine Warnung bekommen haben, ja, dass sie einem erhöhten Risiko ausgesetzt waren bei Begegnung mit diesen. Also ladet euch die App runter, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaut so aus, dass Leute eines gewissen Schlag3-Betriebs das nicht getan haben. So, das soll es für heute gewesen sein. Am Wochenende, wie gesagt, gibt es diesen Test. Ich habe auch noch wirklich ein bisschen was Tolles im Garten gemacht mit Lichteffekten etc. Also seid gespannt. Wird auf jeden Fall interessant die nächsten Wochen. Ja, bleibt mir gewogen. Wir sehen uns am Wochenende. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Jörg.